Liebe Gäste, ich begrüße Sie herzlich zu unserer digitalen Themenwoche von der Raupe zum Schmetterling Digitalität macht Schule. Mein Name ist Annette Mühlenhoff und ich bin in der Kreisverwaltung die zuständige Dezernentin für den Bildungsbereich. Auch der Kreis Paderborn als Schulträger von fünf Berufskollegs und drei Förderschulen sieht sich vor erhebliche Herausforderungen durch die digitale Transformation gestellt. Auch wir arbeiten mit aller Kraft daran, unsere Schulen technisch fit für die Bildung in der digitalen Welt zu machen. Aber ich glaube, es ist inzwischen eine Binsenweisheit, wenn wir feststellen, dass die Ausstattung allein noch nicht den Mehrwert für die Bildung bringt. Natürlich ist sie Grundvoraussetzung, sie darf kein limitierender Faktor sein. Aber letztlich kommt es darauf an, Schule als Lebens- und Lernraum zu gestalten und so Digitalität in der Bildung zu ermöglichen. Um wirkliche Digitalität in der Bildung zu erreichen, ist eine gemeinsame Wertschöpfung aller am Bildungsprozess Beteiligten erforderlich. Schon vor der Covid-19-Pandemie sind in unserem Bildungsbüro im Bildungs- und Integrationszentrum des Kreises Paderborn zahlreiche Unterstützungsangebote zum Thema Bildung in der digitalen Welt entstanden. Projekte, Workshops, Veranstaltungen, Fachtage. Allen ist gemeinsam, dass sie auf Kooperation angelegt sind, dass sie auf Nachhaltigkeit gerichtet sind. Was bedeutet Nachhaltigkeit konkret? Wenn technische Innovationen in Schule Einzug halten, muss immer Schulentwicklung und Unterrichtsentwicklung mitgedacht werden. Es muss Medienkompetenz entstehen. Aus dieser Idee heraus ist auch die digitale Themenwoche entstanden. Hier haben die beteiligten Akteure ihre Energien und ihre Ideen gebündelt. Das Bildungsbüro im Bildungs- und Integrationszentrum des Kreises Paderborn, das Schulamt für den Kreis Paderborn, das Kompetenzteam für den Kreis Paderborn, das Kreis Medienzentrum und nicht zuletzt das Heinz-Nixdorf-Museumsforum haben die Ideen gebündelt und ihnen das vorliegende Programm zusammengestellt. Ich finde ein echter Schmetterling. Ich wünsche uns allen, dass wir durch die Programmpunkte viele Impulse erhalten, Anregungen mitnehmen, Wissenswertes mitnehmen, um jeweils in unseren eigenen Kontexten die Digitalität in der Bildung vorantreiben zu können. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und wünsche uns allen viel Spaß in der digitalen Themenwoche.